Nachher. Alles Nachbearbeitungszeit. Piep, 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 weil er über seine Fung redet. Piep. Oh. Sag mal, zock ich nur noch gegen Kati? Das kann doch nichts werden hier. Das ist doch scheiße. Milo. Oh, ich zock zum ersten Mal gegen Kati. Echt jetzt? Ich spür grad noch das Auskriechen. Was? Nee, so könnt ihr den Scheißball in den Stor schießen. Nicht Stor. Oh, scheiße. Sascha. Sorry. Oh, nein. Oh. Oh, drüber. Der Wort hat endlich mal was Gutes gemacht. Kati, du hast in die vollkommen falsche Richtung gespielt. Ich check grad überhaupt, welchem Team ich bin. Du bist blau. Echt? Ja, du bist farblich blau. Die Siema blau, hallo? Du bist farblich blau und du bist farblich blau. Schön was Neues. Uff, boah. Gut hat Wiesel verfehlt, Mann. Ich bin auf dem Eis ausgerutscht. Thumbs around. Hi. Schön, 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 schön. Du hast kein Rocket Klick hier. Nein, 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 nein. Nein, Spiele! Scheiße! Höppala! Noch mal zurück. Aber gute Vorlage. Ja, war nicht schlecht. Oh, oh. Oh, oh. Ich habe keine Turbo. Müde. Geräusche die ganze Zeit. Wie? Ich kam jetzt auch zu dritt im Tor, ne? Das ist schon ein bisschen eine Schande. Hier Capros. Nein, Scheiße. Knapp erwischt. Oh Gott, oh Gott. Was macht einer ein Bot? Hey, ist das geil. Zehn Leute verfehlen den Ball. Auf mir sind wir gar nicht. Aber fast. Oh, und dann eben gesprungen. Nein. Ja. Ich habe jemanden zerstört. Ich hätte den Ball gehabt. Ne, ich habe jemanden zerstört. Aber genau neben mir. Ja. Au. Hoppla. Geh weg. Die Quise. Auf den Weg, Lehrer. Wir spielen in einem Team. Bist du farbblind oder was? Nein, nein. Ich bin... Bye, bye Wiesel. Bye, bye Wiesel. Was dann... Fast getroffen ist, oder? Haha, Donnie, danke. Oha. Wow. Oh Gott. Verarschen. Ja, f*** dich war das ein Tor, Mann. Ohohohoho. Der war richtig nice. Geht's vor? Nein, jetzt hat mich einer geschubst. Sehr schön. Gott hat's. Oh Gott. Nein. Peter. Aber ich kann's doch einfach nicht vermeiden. Es tut mir richtig leid. Ich spiel halt eigentlich nur Shooter. Ich bin das nicht gewohnt. Fried durchspielen. Ja, du bist so ein richtiger... Ein richtiges Baller-Girl. Ich bin da fast so ein Rambos. Es tut mir wirklich leid. Ein Rambogirl. Rambo-Biene. Rambo-Bette. Was? Rambo-Bette? Ja. Nein. Oh Gott. Wiesel. Rettes. Kaki, hinter dir. Ich weiß schon. Jetzt Kati. Jawoll. Ui, da drüber. So knapp, Mann. Knapp daneben. Zweite Sekunden. Pff, was war das? Was war das, Mann? Ich sehe nur, dass die Leute vorbeifahren am Auto. Äh, am Ball. Nein! Nice. 15 Sekunden. Komm Schmeil. Ja, nicht Schmeil. Donny. Du warst da. Geh weg. Nein! Hier bleiben. Das ist ein Killer. Einfach, lass die Kati sich fertig machen. Ja. Ja. Kati und Donny machen das schon. Yeah. Was für ein knappes Match. 67 Auto-Berührung. Was? Kati mal wieder. Kati auf dem Wuschelkopf. Letztens hatte sie ja irgendwas um die 90 rum.